ja da sind wir wieder die nächste Final-Folge von X es steht noch in den Sternen wie viel wir bauen, äh wie viel wir machen werden aber also kommt auch an wie lange wir brauchen um diese paar Blöcke zu laufen da ist der Ausgang da ist der Ausgang, genau da oh, ich hab fast fast das Game geliebt Oha Ach Mensch und Lach so jetzt muss ich mich mal richtig konzentrieren, das ist der letzte Part des der letzte Part dieser aufregenden, schweren, aber wirklich guten Map Entschuldigung, dass ich jetzt auf deinem Block bin, ich springe zuerst, weil das immer schlechter ist springen zuerst, ich brenne das hat bis jetzt immer geklappt, ne? Ja, ich, ich musste es ja drauf anlegen Ach, puh Ich hoffe, die Viecher töten mich jetzt nicht an, da gibt's jetzt ein Problem Gn 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 Haben nimm Gn Gn alles in Ordnung Gn Gn alles in Ordnung Nein gn ich schaff den vierten Sprung nicht mal okay da wo die Lava drauf ist das ist kein Stein das ist Dreck und eh ich kann kotzen ey Alter ich bin froh dass ihr die ganzen Desfonds nicht mehr sehen muss ich will doch gar nicht wissen wieviel jetzt irgendwie werden da der Komplett ausgestellten ich hätte alle die neuen ausgestellten da sind noch ein paar von mir die aber zum anderen zu unserer privaten Hardcore die ersten drei Sprünge die die Harte habe ich auch kein Problem mit durch ich bin dann der vierte der ist etwas komplizierter wenn man nicht so gut springen kann so wie die Sonne kann ich nicht ich bin ich bin wenn die Macker der Springer der Springer auf dem Block das merkt man und dann wenn die Abspringer aufgehört zu sprinten das liegt aber nicht anlagen okay ich weiß noch nicht woran es denn dort liegen das ist dann einfach ein Fehler ein Fehler im Programm das war jetzt scheiße aber wenn wir so weit kommen ne das ist ja schon das riecht ja schon wieder förmlich nach Cheaten aber ich will jetzt nicht in der letzten Challenge Cheaten also wenn wir so lange spielen bis wir hier durch sind wenn es Jahre dauert so jetzt brennen wir erstmal schön dann kann sie doch praktisch tüchtig aus Alter wieso komme ich da jetzt nicht mehr hoch die Leiter da hoch aber dass ich die Leiter nicht hoch komme erstmal muss ich zusehen dass ich die Sprünge hier täglich schaffe Alter das 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 so weit so gut aber ich glaube wir werden auch viel besser wenn die Leitung nicht so schlecht wäre das zwischen uns hier trifft hier trifft ich bin hier das ist immer ein kleiner Fortschritt für mich ich habe gerade beschlossen was dort ist dann Checkpoint auch so wir haben schon Checkpoint Bosen der Checkpoint da oder was und verarschen ich glaube wir brauchen lieber noch einen neuen Checkpoint ein anstatt irgendwie die entschieden so jetzt leise ich ein Bett ab hoffe das war nicht meins wenn wenn ich jetzt abkacken bevor ich da hin bin dann mit einem Problem wo bist du denn? das war ganz gut konzentrieren auch so kann ich jedoch wieder zu wollen die neuen ist vorhanden in der Lava aber zum Glück verhindern dass ich okay mit vor allem und und mit um wir haben wir weiter der nun ist nacht ja okay wenn es brennt lege ich mich am besten nicht ins bett funktioniert doch nicht lege ich dann nicht ins bett rein wieso nie im leben lege ich dich dann nicht rein habe ich doch denn geh jetzt nicht karten jetzt nicht abkarten warum soll ich jetzt nicht abkarten die festgelein die festgelein warum ich bin gestorben ja und was wollen da beim checkpoint ach so was beim checkpoint ich hab ich hab ich bin beim nächsten checkpoint hier ach so ach so ich bin bei challenge 1 1 weil ich in diesen fässlichen bettenden geschlafen habe mit der gesponnt und wenn man wird blockiert und zerstört dann bin ich jetzt hier wieder am anfang äh das ist so blöd es wird eine Zeitraum für sich wieder da haben Mario möchtest du dich vielleicht korn oder so ach so falsch das ist das die sieben nach oben ich habe es jetzt nicht von Champions League weil ich dachte ich bin für die Ferne aber sie dass er darüber meine Spieler will ich das locker hinkriegen das ist ein Punkt von jetzt haben auch damit was geschafft ist ein Checkpoint wir haben heute in einem Checkpoint jetzt genau jetzt ein Stab du darfst nicht zum Checkpoint Der hat zu spät. Wie bist du auf die Hänge gekommen? Hä, gesprungen? Bist du blöd? Achso, ja. Ja, soll ich dir sagen? Bist du so blöd? Ich hatte schon, komm mal eben hier raus. Ja, was? So. Und zwar, man konnte... Ach, hier ist ja schon der Checkpoint. Ja, da oben, da oben ist der Checkpoint. Und ich bin von da hinten hingesprittet auf diesem Block. Achso, cleverer. Und das hat der... Ja, klar, denkst du, ich will das alle anderen machen. Das hatte ich auch überhört, nicht vor. Wenn die Entwickler, ganz ehrlich, wenn die Effekte so blöd sind. Nee, ich glaube, das ist ein Versteck der Hinweis. Also, ich glaube, wir sind nicht unbedingt die besten für euch, aber vielleicht haben wir bald eine bessere Leitung, wir sind auch besser. Und wir haben auch, wir finden für euch ja auch, wir finden für euch ja genau die gleichen, äh, wir finden auch, äh, oder, wir finden für euch ja auch solche Sicherheitslücken, wie wir sie euch jetzt gerade gezeigt haben. Und ich glaube, deswegen guckt ihr uns auch ein Teil. Also, ich glaube, das ist auch ganz gut. Und der meine, das ist ja... Mario, ja. Kannst du meinen ganz kurz alleine weitermachen? Ich muss nämlich meinen einmal ganz kurz weg. Ja, klar. Gut. Dann mal, ich kann's kurz alleine weiter mit euch. Okay, tschüss. Aber nicht so lange, ne? Mh, mh. Alles kann passieren in der Live-Show. Auch, dass man da reinfällt. Hm. Gut, wir gehen das jetzt den besten an. Lass mal ganz kurz gucken. Da kommen wir am Schein immer hin. Wollen wir irgendwie Trick raus? Alter, ich hab's hier auch noch gar nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie man hier langen muss. Und das kann ich jetzt. Aber jetzt wird's schwerer hier. Alter, ich... So. Ich glaube, das darf man ja hier. Ach, puh. Wir springen von hier. Ne, ich springe doch von da hinten. Ne. 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 Aber wenn man so... Da steht dann irgendwo, dass man das Feuer nicht wegmachen darf. Oder steht das da an? Hm. Kann ich jetzt nicht lesen. So. Was ihr euch jetzt übrigens fragt... Also wir machen jetzt keine 10 Minuten voll. Das wird mir jetzt... So lange dauern. Use the leader. Ja, tolle Leiter. Bestimmt hier. Ach da, toll. Toll. Ja, toll. Leute. Oh. Gut. So weit, so gut. Okay, Leute. Das habe ich jetzt mit meinem supergeilen... Skill geschafft. Alter. Wie soll man das denn schaffen? Hey, bei einem steht da so Füi-Dupi. Guck seine Füße an. war hier das ist das Volk von dem Weg machen und seiner Kelle Prozent die Wiesel da Prozent Regie und gar nicht ich glaube es weil er gleich gemacht es ist der Weg ich glaube du freust sie jetzt zu hören du bist wieder da und dann nicht aber dafür kommen eigentlichen voran hält so lange es ist nicht mehr oder Ich glaub, wir beenden jetzt einfach die Folge Weil da hinten ist ja schon das Ziel Ich seh unten in der Mitte Und dann eher links Ich glaub, da ist schon das Ziel Deswegen machen wir jetzt nochmal so eine kleine Folge Für mich der noch einfacher zu verändern Aber das ist dann hinter uns Okay, kein Ziel Dann sehen wir uns gleich wieder Ciao, Leute